Sieben Gedanken. Meine Pressemappe im digitalen Zeitalter. In den letzten Jahrzehnten hatte ich das Vergnügen, die Entwicklung der Presseunterlagen in meinen Fachbereichen, Fotografie, Film und Grafikdesign, aus nächster Nähe mitzuerleben und an vielen spannenden Projekten mitzuwirken. Interessanterweise ist die Grundstruktur der Presseunterlagen trotz des digitalen Wandels gleich geblieben. Die zentrale Aufgabe, Informationen klar, präzise und zielgerichtet zu vermitteln, bleibt unverändert, egal ob bei traditionellen Papierunterlagen oder modernen digitalen Pressemappen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Präsentationsweisen im Laufe der Zeit an die digitalen Möglichkeiten angepasst haben, ohne die klassischen Formate zu verdrängen. Gedruckte Broschüren, Bildkataloge und Produktkataloge sind weiterhin unverzichtbare Instrumente der Pressearbeit. Parallel dazu haben sich digitale Formate wie interaktive PDFs, Videos und multimediale Präsentationen etabliert, die völlig neue Wege eröffnen, Inhalte ansprechend und zugänglich zu präsentieren. Besonders spannend ist, dass diese beiden Welten sich nicht ausschließen, sondern ideal ergänzen. Je nach Zielgruppe und Anlass lässt sich flexibel entscheiden, welche Medienform am besten passt. Diese Flexibilität gewährleistet, dass die Pressearbeit den aktuellen Anforderungen entspricht, indem sie das Beste aus Tradition und Innovation kombiniert. Entdecken Sie selbst, wie diese Verbindung in den folgenden Gedanken weiterentwickelt wird und welche neuen Möglichkeiten sich durch die Kombination von klassischen und digitalen Presseunterlagen bieten.